Hallöchen und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Kingdoms of Amalur. Jo, wo wollen wir eigentlich hin? Da hoch. Wir könnten auch noch mal kurz in unser Haus gehen. Denn wir müssten ein paar Sachen ablegen. Hallo? Das war keine gute Idee, eine kleine Süßigkeit vor dem Aufnehmen zu essen. Naja. Jetzt ist es zu spät. Milu, zu euren Diensten. Das ist gut. So. Sonst haben wir auch nichts. Ein Verkäufer hier drin wäre gut. Milu, zu euren Diensten. Kannst du auch was anderes sagen? So. Jetzt sollten wir zu den Praetorianern. Mach den noch. Pantomine? Oder? So. Naja. Was soll? Ach, nee. Lass mal. Seid vorsichtig, wenn ihr Doppel habt. Willkommen bei der Garnison. Willkommen bei der Garnison. Oh, danke schön. Das dritte Kapitel finden. Ach, das stimmt. Eine Schnitzeljagd. Willkommen bei der Garnison. Ja. Aber ich geh gerade. Es könnte auch sein, aber ich weiß nicht, dass in dieser Aufnahme es an der Tür klingelt. Ähm. Weil eine Bestellung ankommt. Ich hoffe es zumindest. Irgendwie so ein bisschen. Dass es heute überhaupt kommt. Ähm. Aber ich hoffe, es wird nicht in der Aufnahme sein. Aber dann würde ich kurz auf jeden Fall verschwinden. Während der Aufnahme. Ist halt das Problem, wenn man bestellt, aufnimmt und, äh, aber alleine ist. Und da ich ja nicht schneide. Vielleicht muss ich das echt mal anfangen. Naja. Aber nicht heute. Da muss ich mich echt mit befassen. Ähm. Verfluchte Thron. Thron? Interessant. Größer als ich dachte, aber ihr seid als Versuchsperson geeignet. Ihr seid der Gast im Sandsteingut, richtig? Andernfalls muss ich mich woanders umsehen. Ich spreche von meinem Experiment. Der Höhepunkt eines Jahrzehnts der Forschung. Ich brauche eure Hilfe. Ich studiere das Wachstum der Magie. Und da ihr in Alistar wart, habt ihr vielleicht das letzte Teil, das mir noch fehlt. Dieses Experiment wird ein ganzes Jahrzehnt der Forschung abschließen. Es geht um die Beobachtung kinetischer Mana-Aggregation. Ich habe eine Reihe wilder Proben aus diesen Landen gesammelt. Für viel Geld. Ihr sollt sie bekämpfen, während ich euch beobachte. In der Stadt machen Gerüchte über die Arbeit dort die Runde. Die Arbeit, die einen gewissen jemand mit einschloss. Es gibt zwei Gründe. Zum einen stammt ihr nicht aus dem Hospitalesquartier. Das heißt, ich darf euch rechtmäßig als Versuchsperson einsetzen. Zum anderen wart ihr in Alistar. Leugnet es nicht. Ich habe genug in Erfahrung gebracht. Ihr wart mächtiger Magie ausgesetzt. Sehr gut, sehr gut. Ich will gleich beginnen. Bitte kommt in mein Laboratorium in der Mine von Adessa. Bis dann. Ja, klar. Später vielleicht. Wir müssen nach oben. Ich glaube, wir stehlen. Nö. Wieder eine neue Quest dazugekommen. Ey, das hört nicht auf doch. Aber ich finde das auch ganz gut. Weil so haben wir ja noch ein bisschen länger was von diesem Spiel. Verfluchte Truhen. Was hat der denn? Was ist denn für Truhe? Wie können Truhen... Ah, vielleicht ist das... Eine Art Warnung. Die verfluchten Truhen. Weißt du, die sind halt zu. Weil sie verflucht sind. Musste man erst bannen. So... Jetzt müssen wir da rein. Schön, dass die Schlitze jagt im Prinzip eine Folge aus Ladebildschirm ist. Und noch eine Aufgabe. Oh weh, oh weh. Die Lage ist schlimmer als ich gedacht hätte. Ah, Fremder. Ich glaube, ich habe... Ich meine, ich brauche Hilfe von... ähm... Euresgleichen. Es ist dringend. Und sehr... Heikel. Es gibt eine Depesche, die ich verfasst habe. Ich bin Schreiber. Ich erhielt den Auftrag dazu von der Basilika. Von Scholaren Ayrancourt. Eine seltsame Depesche. Für Rat hier bestimmt. Und obwohl wir Gnome neutral sind... Nun... Die Depesche enthielt Ermutigung. Keine Versprechen. Niemals Versprechen geben. So lautet die Regel. Die Depesche wurde verfasst, versiegelt und verschickt. Aber sie kam nie an. Scholaren Ayrancourt fordert meinen Kopf dafür. Die Depesche muss gefunden werden. Ich habe einen Hinweis für euch. Die Botin, die die Depesche eingesteckt hat. Sie war eine Reisende. Eine Dokhalfer namens Paven Well. Aus dem Sonnenlager. Sie sagte, Ayrancourt habe die Zustellung arrangiert. Ich hatte keinen Grund misstrauisch zu sein. Reisende werden hier oft als Boten eingesetzt. Aber sie hatte die Depesche zuletzt. Ayrancourt finde ich schön. Das ist der Kurt, der immer Ayran trinkt beim Dönerladen. Ayrancourt. Ayrancourt. Ich viene hier sein zu Gast. Äh, die Bücher scheinen ja auch alle hier irgendwie zu sein, was zum Vorteil ist zumindest. Boah, wenn es doch nur irgendwie so ein Spiel gibt, wo man wirklich Sachen weggraben müsste, damit man später hier eine vernünftige Stadt hinbauen kann. Also jetzt nicht so wie in Minecraft oder so, sondern so richtig, weißt du? Du musst erst einen riesigen Felsen von Arbeitern abtragen lassen, damit da nachher, dass der weg ist, weißt du? Und wieder eine Quest. Toll, wir versuchen eine abzuschließen und haben jetzt schon die dritte, neue. Ach, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Der Gewinn steigt nicht mehr seit... Hm? Oh, verzeiht. Ihr seid der Kurier, ja? Gut, ihr seid früh dran. Wir können gleich beginnen. Ihr solltet das Handbuch zur Filiale der Motos Bergbaugesellschaft in den Brachlanden bringen. Nun, wir haben unser Exemplar wohl... verlegt. Also müsst ihr das Handbuch aus unserem alten Hauptquartier in Apotüro holen. Ich suche jemanden, der zum Motos Hauptquartier in Apotüro geht und ein Handbuch abholt, um es zur Motos-Filiale in den Brachlanden zu bringen. Gut. Ihr solltet zum alten Büro der Motos Bergbaugesellschaft in Apotüro gehen. Wenn ihr das Buch gefunden habt, bringt es Apule Viere. Apule. Ich brauche einen Kurier, der zur geschlossenen Motos-Filiale in Apotüro geht, um das Handbuch von dort zu holen. Dann muss das Handbuch zur neuen Filiale in den Brachlanden gebracht werden. Kinderleicht, wie ihr seht. Na schön. Guten Tag. Die schönsten Folgen sind doch immer die, wo man eigentlich fast die ganze Zeit nur in dem Ladebildschirm ist. Nur dafür schaltet man ja hier ein. Obwohl das bei Kingdaps auf einmal nur wahrscheinlich teilweise so ist. Auch wenn eher unbewusst. Aber so ist das leider. Ich denke, würde ich es auf der PS5 spielen. Falls es das da überhaupt gibt. Müssten die Ladezeiten wahrscheinlich extrem verkürzt sein. Aber die kann ich mir nicht leisten. Akkadium. Akkadium Leviosa. Und hier waren wir auch schon mal. Und natürlich das siebte Finden. Wo wir schon mal hier sind. Inventar. Können wir mal eben. Huch. Mal wieder aufräumen. Allzu viel haben wir zwar haben wir nicht. Ich glaube, wir mussten hier hin. Ah, der Gast des Sandsteingutes. Schaut mal wieder vorbei. Okay. Schaut mal nicht. Ein Besuch im Hospiz. Ich habe die Basilica Gnost... Die Basilica Gnostra ist das zu hau... Willkommen zurück. In... Einem Haus von der Größe des Sandsteingutes. Kommt mal wieder vorbei. Da wir mit ihr ja schon gesprochen hatten vor ein paar Folgen... Warum... ...sollte ich das nicht überspringen, um ein bisschen Zeit zu sparen. Wir wollen ja auch weiterkommen. Aber nicht, wie viele Kapitel gibt es denn von diesem verdammten Buch? Und eigentlich sind es ja nicht mal Kapitel, sondern es sind ja mehrere Bücher. Weil für jedes Kapitel ein Buch schreibt. Aber hui. Was benötigt ihr? Ja, doch schon. Es ist die Wahrheit. Was ist jetzt? Das ist der falsche Weg. Hört mal! Es würde mich nicht wundern, wenn ich nach irgendwo einbricht. Was ist die Basilica Gnostra? Natürlich. Näh, dann lassen wir. Wir klauen nicht. Also hier zumindest nicht. Das ist das ganz Wichtig, das ist wahrscheinlich kapitel. Untertitelung des ZDF, 2020 Was benötigt ihr? Okay, wieder nach oben. Wo geht's nach oben? Was ist jetzt? Und jetzt den Schatz finden. Was ist? Und jetzt den Schatz finden. Was ist der auch hier in der Stadt? Es scheint fast so. Was benötigt ihr? Was ist der Schatz? Was denkst du? Oh ja, waren wir glaube ich schon mal, ne? Vor mehreren Folgen. Das ist also der Schatz. So, wer wieder lesen möchte, hier auf Pause drücken. Hoch. Hatten wir das schon gelesen? Ja, kennen wir schon. Gut, dann würde ich die aber zu plundern zu finden. Sehr gut, dann haben wir das auch. Dann ist die Frage, was machen wir als nächstes? Gruppierungen haben wir momentan nicht. Führungsvorschriften. 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 Hier. Ach wisst ihr was? Hier, einen schönen Ausblick Machen wir hier ein Folgenpäuschen und sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder Bis dahin, ciao